Wann haben Sie zuletzt etwas verschoben, obwohl es wirklich wichtig war? Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von TAF, TED am Freitag. Manche Dinge schieben wir gerne auf die lange Bank. Den nächsten Kunden anzurufen, die Steuererklärung oder uns endlich selbstständig zu machen. Tim Urban sagt, jeder von uns verschiebt irgendetwas im Leben. Sie erfahren in seinem Vortrag, wieso es einige Menschen gibt, die bis zum letzten Moment warten, um überhaupt mit irgendetwas zu beginnen und warum anderen das total leicht fällt. Lassen Sie sich überraschen, weswegen wir wirklich Dinge aufschieben und freuen sich schon jetzt auf die Lösung, wie leicht das ist, früher zu beginnen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Clip, einen schönen Freitag und kommen Sie gut rüber.